Nach der Zerstörung Athens durch die Perse warf man alle Werke der älteren Kunst in den Schutt, aus dem wie sie heute wieder hervorziehen, und man hat nie gehört, dass jemand in Hellas sich um die Ruinen von Mykene oder Phaistos zum Zwecke der Ermittlung geschichtlicher Tatsachen gekümmert hätte. Man las seinen Homer, aber man dachte nicht daran, wie schlie man den Hügel von Roja aufzugraben. Man wollte den Mythos, nicht die Geschichte. Von den Werken des Eislers und der vorsokratischen Philosophen war schon in hellenistischer Zeit ein Teil verloren gegangen. Dagegen sammelte bereits Betrager Altertüme, Münzen, Manuskripte mit immer nur dieser kultureigenen Pietät und Innerlichkeit der Betrachtung als historisch fühlender, auf entlegene Welten zurückschauender, nach dem fernen sich Sinnender Mensch. Er war auch der Erste, der die Besteigung eines alten Gipfels unternahm, der im Grunde ein Fremder in seiner Zeit blieb. Die Seele des Sammlers versteht man nur aus seinem Verhältnis zur Zeit. Noch leidenschaftlicher vielleicht. Aber von einer anderen Färbung ist der chinesische Hang zum Sammeln. Wer in China reist, will alten Spuren, tote SI, folgen. Und nur aus einem tiefen historischen Gefühl ist der unübersetzbare Grundbegriff chinesischen Wesens, Tec F. zu deuten. Was dagegen in hellenistischer Zeit allen Teilen gesammelt und gezeigt wurde, waren Merkwürdigkeiten von mythologischem Reiz, wie sie Pausanias beschreibt, bei denen der streng historische Wann und Wann überhaupt nicht in Betracht kam. Während der ägyptische Landschaft sich schon zur Zeit des großen Totmoses in ein einziges ungeheures Museum von strenger Tradition verwandelt hatte. Unter den Völkern des Abendlandes waren es die Deutschen, welche die mechanischen Uhren erfanden, schauerliche Symbole der rennernden Zeit, deren Tag und Nacht von zahllosen Turmen über Westeuropa hin heilende Schläge vielleicht der ungeheuerste Ausdruck sind, dessen ein historisches Weltgefühl überhaupt fähig ist. Nichts davon begegnet uns in den zeitlosen antiken Landschaften und Städten. Bis auf Perekles herab hat man die Tageszeit nur an der Schattenlänge abgeschätzt und erst seit Aristoteles erhält Loppa die babylonische Bedeutungsstunde. Vorher gab es überhaupt keine exakte Einteilung des Tages. In Babylon und Ägypten waren die Wasser- und Sonnenuhren in frühester Zeit erfunden worden. Aber erst Plato führte eine als urwirklich verwendbare Form der Klebsydra in Athen ein, und noch später übernahm man die Sonnenuhren, lediglich als unwesentliches Gerät des Alltags, ohne dass sie das antike Lebensgefühl im geringsten verändert hätten. Punkt hier ist noch der entsprechende, sehr tiefe und nie hinreichend gewürdigte Unterschied zwischen antiker und abendländischer Mathematik zu erwähnen. Das antike Zahlen-Denken fasst die Dinge auf, wie sie sind, als Größen. Zeitlos, rein gegenwärtig. Das F ühte zur euclidischen Geometrie, zur mathematischen Statik und zum Abschluss des geistigen Systems durch die Lehre von den Kegelschnitten. Wir fassen die Dinge auf, wie sie werden und sich verhalten, als Funktionen. Das führte zur Dynamik, zur analytischen Geometrie und von eher zur Differenzialrechnung. Die moderne Funktionentheorie ist die riesenhafte Ordnung dieser ganzen Gedankenmasse. Es ist eine Bitsache, aber seelisch streng begründete Tatsache, dass die griechische Physik, als Statik im Gegensatz zur Dynamik, den Gebrauch der auch nicht kennt und nicht vermissen lässt und, während wir mit tausendsteln von Sekunden rechnen, von Zeitmessungen vollständig absieht. Die Intellichie des Aristoteles ist der einzige zeitlose ahistorische Entwicklungsbegriff, den es gibt. Damit ist unsere Aufgabe festgelegt. Wir Menschen der westeuropäischen Kultur sind mit unserem historischen Sinne eine Ausnahme und nicht die Regel. Weltgeschichte ist unser Weltbild, nicht das der Menschheit. Für den indischen und den antiken Menschen gab es kein Bild der werdenden Welt und vielleicht wird es, wenn die Zivilisation des Abendlandes einmal erloschen ist, nie wieder eine Kultur und also einen menschlichen Zypris geben. Für den Weltgeschichte eine so mächtige Form des Wachseins ist. Ja, was ist Weltgeschichte? Eine geordnete Vorstellung des Vergangenen. Ein inneres Postolat. Der Ausdruck eines Formgefühls, gewiss. Aber ein noch so bestimmtes Gefühl ist keine wirkliche Form. Und so sicher wir alle die Weltgeschichte fühlen, erleben, sie mit vollster Gewissheit ihrer Gestalt nach zu übersehen glauben. So sicher ist es, dass wir noch heute Formen von ihr, aber nicht die Form, das Gegenbild unseres Innenlebens kennen. Sicherlich wird jeder, den man fragt, überzeugt sein, dass er die innere Form der Geschichte klar und deutlich durchschaut. Diese Illusion beruht darauf, dass niemand ernsthaft über sie nachgedacht hat und dass man noch viel weniger an seinem Wissen zweifelt. Weil niemand ahnt, in was allem hier gezweifelt werden könne. In der Tat ist die Gestalt der Weltgeschichte ein ungeprüfter geistiger Besitz, der sich, auch unter Historiken von Beruf, von Generation zu Generation vererbt und dem ein kleiner Teil der Skepsis, Welche seit Galilä das uns angeborene Naturbild zergliedert und vertieft hat, sehr notdähte. Alterte Mittelalter Neuzeit. Das ist das unglaubwürdig dürftige und sinnlose Schema, dessen unbedingte Herrschaft über unser geschichtliches Denken uns immer wieder gehindert hat. Die eigentliche Stätzung der Clemental-Welt, wie sie sich seit der deutschen Kaiserzeit auf dem Boden des westlichen Europa entfaltet, in ihrem Verhältnis zur Gesamtgeschichte des höheren Menschentums nach ihrem Rentscht, ihrer Gestalt, ihrer Lebensdauer vor allem richtig aufzufassen. Es wird künftigen Kulturen kaum glaublich erscheinen, dass diese Grundriss mit seinem einfältigen geradlinigen Ablauf, seinen unsinnigen Proportionen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert unmögliche Wett und eine natürliche Eingliederung der Neu in das Licht unseres historischen Bewusstseins tretenden Gebiete gar nicht zulässt, gleichwohl in seiner Gültigkeit niemals ernstlich erschüttert, wurde. Denn es bedeutet gar nichts, wenn es unter Geschichtsforschern längst zur Gewohnheit geworden ist, gegen das Schema Einspruch zu erheben. Sie haben damit den einzig vorhandenen Grundriss nur verwischt, ohne ihn zu ersetzen. Man mag noch so viel von griechischem Mittelalter und germanischem Alter zum Reden, ein klares und innerlich notwendiges Bild, in dem China und Mexiko, das Reich von Axum und das der Sassaniden einen organischen Platz finden, ist damit nicht gewonnen. Auch die Verlagerung des Anfangspunktes der Neuzeit von den Kreuzzügen zur Renaissance und von da zum Beginn des 19. Jahrhunderts beweist nur, dass man das Schema selbst für unerschütterlich hielt. Es beschränkt den Umfang der Geschichte, aber schlimmer ist, dass es auch ihren Schauplatz begrenzt. Hier bildet die Landschaft des westlichen Europa einst den runden Pol, mathematisch gesprochen, einen singulären Punkt auf einer Kugeloberfläche. Man weiß nicht warum, wenn nicht dies der Grund ist, dass wir, die Urheber dieses Geschichtsbildes, gerade hier zu Hause sind, um den sich Jahrtausende gewaltigster Geschichte und für eine abgelagerte ungeheure Kulturen in aller Bescheidenheit drehen. Vielen Dank.